Shalom liebe Freunde, in hebräischer Bibel Psalm 119 sagt, dass das Wort Gottes schenkt uns Trost, Ermutigung, Freude, gibt uns Wegweisung und stärkt uns in unserem Leben und vieles mehr. Wie wichtig ist das Wort Gottes, wie wichtig ist die Bibel auch für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine, entscheidend wichtig, sagen wir. Und deswegen freuen wir uns unglaublich, dass wir durch Spenden von unseren Freunden und durch Sachspenden jetzt 1000 Neue Testamenten in ukrainischer Sprache und gleiche Zahl von Neuen Testamenten in russischer Sprache und sogar noch 500 Bibel in russischer Sprache zur Verfügung bekommen haben, um sie unter Geflüchteten zu verteilen. Die Flüchtlinge aus der Ukraine, die traumatisierten Menschen, die Unterstützung und Trost brauchen, bekommen jetzt neben praktischer Hilfe, Unterkunft durch unsere Mitarbeiter auch die Bibel in Hand und können dadurch notwendige Trost, Unterstützung, Wegweisung und auch die Verheißungen für die Zukunft sehen. Wir danken allen Freunden, die das möglich gemacht haben. Möge es noch mehr geben. Vielen Dank. Shalom.